An der Neschwitzer Kirche sollen im April Sanierungsarbeiten am Dach und an der Fassade des Kirchenschiffs durchgeführt werden. Laut der Evangelischen Kirchgemeinde stehen dafür Fördermittel des Europäischen Landwirtschaftsfonds in Höhe von 200.000 Euro bereit. Die Landeskirche will 100.000 Euro beisteuern. Der Eigenanteil der Kirchgemeinde beträgt 67.000 Euro. Hierfür soll von der Kirche noch eine Spendentafel aufgestellt werden. Das Kirchendach stammt noch aus den 60er Jahren. Die Fassade wurde letztmalig in den 90er Jahren aufgebessert. Die Neschwitzer Kirche hatte zuletzt 2009 über regional für Schlagzeilen gesorgt, als sie einen neuen Turm erhielt. Der ursprüngliche Turm war in den letzten Kriegstagen 1945 zerschossen worden.